Der Extraction Point Scannen, hast du den? Ja, kannst du die looten? Weg, 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 weg Tutte mir Da ist er Scan, scan, weg, weg, weg Ja, er hat, er hielt Da unten Oh, eine Dreckswaffe Rennen, rennen in den Bögenbleiben Da hinten, ne? Oh, die Waffe Rennen, rennen, rennen Down Geh zu dem Ich hab' ein Ding gebraucht Willst du scannen? Puh Willst du scannen? Warte, ruhig Warte, ruhig Warte, hier, in die Mitte bleiben Das ist die Rennen Rennen Die Focus Ist da Warte noch mit deiner Kannst du deine Heilkiste Ok Die suchen mich nicht aktiviert Ich auch, ich hab 3 Ok nochmal Ich rüber nochmal auf Da oben Was ist das die Sekunde? Alter, warum machst du ja so viel Damage ohne Ende? Und nicht mit der Sniper, ich hab die falsche Waffe aufskillt Ich hab halt SPS Muss es sein, was soll da jetzt noch kommen? Ja, das war richtig Das war richtig Das war die Mine Ich schwitze ey Warte, warte in die Mitte, die dürfen sich nicht verpennen Ok Warte, muss ich da dran? Das haben wir noch nie geschafft, Alter Das haben wir noch nie geschafft, Alter Ich schwitze Ich schwitze, seit langem wieder Wir haben es richtig gemacht, wir waren nicht so schnell Und wir sind nicht so schnell und wir hatten Glück, dass viele Spieler gegangen sind, ne? Ja Ja, halt gestorben oder halt Das war es nicht auch gegangen, glaub ich Alter, voll eingeschaltet auch schonmal Alter, boah, Alter Nice Das hätte ich nie gedacht Weil wir haben eigentlich voll schlecht Equip im normalen Spiel und da hatten wir halt jetzt eine Chance, weil es den Lull losgeht, ne? Ja Aber es war richtig gut, dass du noch die Waffe hattest, weil du hast so viel Damage gemacht, es war ja krass Wir hatten Glück, dass wir weggerannt sind in dem Moment Mach du das an Ja Ich habe auch 5 Rang 5 Ja, ich habe auch Rang 5 5, Master, ja Master, genau 100 100.000 XP 11.900 Müsste schon ein bisschen mehr haben Ja, warte, ich habe Ach, das Wir haben die gleichen Das habe ich auch Ja, habe ich auch Ich glaube wir haben die gleichen, also Ja Virusfilter Wir wurden heute Tointed keep auf improvements und hier mit unten sorry ist eine